Eine Haartransplantation kann das geilste auf der Welt sein, denn plötzlich kann man mit den Geheimratssäcken den lichter werdenden Haar abschließen und kann die Haare, die man vorher eigentlich einfach nicht mehr stylen konnte, wieder wie gewohnt, wie in seiner Jugend stylen und sieht wieder richtig fresh und gut aus. Aber eine Haartransplantation kann auch das Schlimmste sein, das einem so ziemlich passieren kann, denn wenn man nicht geeignet war für eine Haartransplantation, dann sieht man nach der Haar-OP dann plötzlich schlechter aus als vorher. Und das ist das, was unserem heutigen Kandidaten passiert ist, denn er war eigentlich für die Haartransplantation nicht geeignet. Warum ich sage eigentlich, erfahrt ihr noch im Laufe des Videos, denn er hat mir sehr gute Fotos geschickt von vor seiner Haartransplantation, direkt nach seiner Haartransplantation und wir haben auch das Endergebnis jetzt knapp nach einem Jahr. Hier ist seine Nachricht. Hallo Bro, ich hatte am 30. April 2021 im vorderen Bereich eine Haartransplantation gemacht. Ich wollte deine Meinung dazu wissen, ob es okay war oder nicht. Danke dir im Voraus, weiter so. So Freunde, und so sah er aus vor seiner Haartransplantation, knapp vor einem Jahr. By the way, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr dem Video einmal ein Like geben würdet, Freunde, denn damit würdet ihr mich unterstützen und würdet mich motivieren, damit ich weitere Videos für euch drehe. Und damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst, denkt auch dran, den Kanal einmal zu abonnieren, indem ihr unter dem Video auf den roten Abonnieren-Button klickt. So, Freunde, das ist unser Kandidat knapp vor einem Jahr. Und was wir hier sehr gut erkennen können, ist, dass er auf dem Oberkopf fast gar keine Haare mehr hat. Ja, es sind ein paar Haare da, aber das Haar, was er auf dem Kopf hat, kann man jetzt nicht mehr als Haar bezeichnen. Und, 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 man kann quasi sagen, er war nachher zu komplett kahl auf dem Oberkopf. Das Ganze wird von vorne nochmal ein bisschen deutlicher. Er hat da ein paar Haare, aber wirklich so wenig, dass man sagen kann, er ist kahl. Dementsprechend hat er sich für eine Haartransplantation entschieden, hätte ich ihm von Anfang an zu einer Haartransplantation geraten. Ich hätte ihn aufgeklärt, Freunde, es gibt einige Szenarien, bei denen eine Haartransplantation bei ihm Sinn machen kann. Aber im Großen und Ganzen hätte ich zu ihm gesagt, Bro, bei dir macht das leider nicht viel Sinn. Greif lieber zu einem Haarsystem oder denk vielleicht über eine Haarpigmentierung nach. Wie auch immer, letztendlich hat er sich für die Haartransplantation entschieden und so sah er am Tag der Haartransplantation aus. Was wir hier sehr gut erkennen können, ist, dass vornherum viel dichter verpflanzt wurde und es nach hinten hin immer weniger dicht wurde. Und dann können wir hier noch etwas sehr Ungewöhnliches erkennen und zwar einen harten Cut hinten. Ja, weil normalerweise wird nach hinten hin immer undichter transplantiert, sodass das in das natürliche Haar, das zur Verfügung steht, das noch da ist, mit eingebaut wird. Aber bei ihm gibt es dann einfach irgendwann mal einen harten Cut. Das gefällt mir nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er ist halb so wild, weil er weiter hinten dann doch wieder einige Haare hat und sein Alter 37 Jahre alt. Das heißt, so viel wird auf seinen Kopf nicht mehr passieren, sodass dieser Cut nicht wirklich sichtbar wird. Also was kann ich zu Haartransplantationen auf dem Oberkopf sagen? Die ganze Geschichte sieht ziemlich blutig aus. Das muss erstmal ganz klar dazu gesagt werden. Ich weiß gar nicht, ob hier mit der Saphir-Methode oder mit der Slit-Methode gearbeitet wurde. Beide Methoden können dementsprechend auch Sinn machen, aber das hat auch mit der Qualität der Haartransplantation nicht zu tun. Deswegen lasst uns einfach mal auf das nächste Foto übergehen. Das ist seine Situation zwei Wochen nach der Haartransplantation. Zwei Wochen nach der Haartransplantation sieht jeder geil aus, Freunde. Und auch hier sehe ich, ja Moment, ich muss mal kurz näher dran gehen. Es kann sein, dass ich hier einige Multi-Builds in der Front-Hairline sehe. Ja, aber auch das ist halb so wild, wenn da einige wenige Multi-Builds drin sind und die nicht gerade an der vordersten Hairline sind, sondern können das Ganze sogar nochmal ein bisschen verdichten. Aber an der vordersten Hairline sollten definitiv keine auffälligen Multi-Builds sein. Aber das können wir in dem Stadium auch gar nicht beurteilen. Also hier kann man sagen, es sieht alles in allem auch in Ordnung aus. Und hier das Endergebnis nach einem Jahr. So, mit dem Endergebnis ist er jetzt nicht zufrieden. Kann ich verstehen, wäre ich auch nicht zufrieden. Deswegen mache ich im Moment auch keine Haartransplantation, weil meine Erwartungshaltung ist, ich möchte wieder Haare haben, wie in der Jugend. Ich möchte, dass meine Haare nach der Haartransplantation so aussehen, geht leider bei mir im Moment nicht. Und auch bei ihm geht das nicht. Und das hätte man ihm auch vorher sagen müssen und ihn da auch aufklären müssen. Gut, passiert ist passiert. Nun haben wir hier ein Ergebnis, das nicht super dicht geworden ist. Aber wenn wir uns das vorher Szenario anschauen und das jetzt, sehen wir natürlich einen deutlichen Kontrast. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum habe ich gesagt, bei ihm hätte eine Haartransplantation eigentlich keinen Sinn gemacht. Weil wenn er jetzt alle anderen Situationen, alle anderen Therapiemöglichkeiten, wie die Haarpigmentierung, wie eine medikamentöse Behandlung, wie das Haarteil für sich ausschließt, dann bleibt ja nur noch die Haartransplantation. Und durch die Haartransplantation hat er jetzt Haare auf dem Kopf und die hatte er vorher nicht. Sieht er dadurch jetzt optisch besser aus mit Sicherheit. Der Rahmen kommt jetzt mehr zur Geltung und er hat jetzt deutlich mehr Haare auf dem Kopf. Und zwar 4.500 Grafts, mal 2,8, Freunde. 2,8 Haare hat nämlich ein Graft im Durchschnitt. Da sind wir knapp bei 10.000 oder ein bisschen über 10.000 Haaren sogar. Und da kann man ganz klar sagen, 10.000 Haare machen definitiv den Unterschied. Jetzt ist hier natürlich die Frage, waren das wirklich 10.000 Haare? Weil, 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 es ist doch ein bisschen lichter, als es sein könnte. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber das können wir jetzt auch hier gar nicht beurteilen. Wir können jetzt nicht uns da hinsetzen und die ganzen Grafts zählen. Auf alle Fälle sieht er jetzt besser aus als vorher und die Haartransplantation hat bei ihm in diesem Szenario dann doch Sinn gemacht. So, jetzt war die Frage, was kann er machen, um das Ergebnis noch weiter zu verbessern? Was er ganz klar machen kann, ist eine zweite Haartransplantation. Bei der zweiten Haartransplantation dann einfach den vorderen Bereich nochmal verdichten lassen. Am besten mit der DHI-Methode, mit dem Direct Hair Implanter, weil man damit super zwischen den vorhandenen Haaren transplantieren kann. Und nach hinten hin kann man dann auch wieder die Tonso ein bisschen verdichten, sodass das Ergebnis insgesamt besser wird. Weil bei ihm wurden 4.500 Grafts entnommen. Ich habe jetzt den Spender nicht genau analysieren können, aber in der Regel kann man fast immer, wenn es kein Norwood 7 ist, mehr als 4.500 Grafts entnehmen. Das heißt, eine zweite Haartransplantation mit 3.000 Grafts ist mit Sicherheit noch drin. Und mit 3.000 Grafts kann man das Ganze ziemlich schön vornherum verdichten und nochmal ein paar Grafts hinten reinsetzen, sodass das alles viel besser ausschaut. Würde ich ihm das empfehlen, definitiv. Mach es, Bro. Mach eine zweite Haartransplantation. Eine PRP in seiner Situation macht keinen Sinn. Eine PRP kann Sinn machen, um das bestehende Haar vielleicht ein bisschen kräftiger zu machen, länger auf dem Kopf halten zu lassen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein großer Fern der PRP-Therapie, außer direkt nach der Haartransplantation, beziehungsweise während der Haartransplantation, weil es dort mehr der Haut zugute kommt und dann die Haare besser anwachsen können, weil die Haut einfach besser regeneriert. Aber für eine PRP-Therapie hinterher bin ich nicht so der große Fan von, wer meine Meinung bzw. die Studienlage zur PRP-Therapie genauer wissen möchte. Ich verlinke euch mein Video dazu, Freunde. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Der Link ist auch einmal unter dem Video. Medikamentös muss jetzt auch nicht mehr sein. Man könnte jetzt natürlich noch mit Finasterid da reingehen und dann versuchen, das Ganze hintenrum dichter werden. Dann wird es dadurch dichter mit Sicherheit. Aber man muss halt bedenken, man muss es dann halt ein Leben lang nehmen. Wenn man Bock drauf hat, wenn man sagt, oh, für mich ist das gar kein Problem, kann man das machen. Aber in der Regel sollte hier mit einer zweiten Haartransplantation ein zufriedenstellendes Ergebnis geschaffen werden können, wenn man das wirklich vorne rum nochmal ein bisschen dicht verdichtet und hinten auch nochmal ein bisschen verdichtet und dann wirklich hinterher immer noch nicht erwartet, dass es super dicht wird. Weil super dicht wie in der Jugend wird es nicht mehr, aber es wird nochmal so viel besser werden, dass man wirklich damit zufrieden sein kann, wenn man seine Erwartungshaltung dementsprechend anpasst. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.